Neulich bei den Jungpaukern. Julia hat einen neuen Job und verkündet fröhlich, dass sie Lehrkraft an einer kirchlichen Schule wird. Äh, wie? Echt jetzt? Ein Job bei der Kirche? Ihre Seminarkolleginnen finden's echt krass. Doch Julia zählt voll überzeugt die Vorteile ihres neuen Arbeitgebers auf. Wer's glaubt, lästern ihre Kollegen. Doch Julia bleibt dabei. Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat echt was zu bieten. Ja, liebe Julia, vor allem weniger Gehalt. Halt? So einfach ist das nicht. Denn beim Schulwerk Augsburg erhält Julia selbstverständlich ein Gehalt, das in den meisten Fällen der Besoldung bei staatlichen Schulen entspricht. Zusätzlich bekommt sie eine Vergünstigung für eine private Zusatzkrankenversicherung und einen Kinderbetreuungszuschuss. Für Julia lohnt sich das. Das kannst du glauben. Unterrichten im Schulwerk Augsburg. Menschlich. Anders. Gut. Mehr Infos unter www.schulwerk-augsburg.info. slash Stellenbörse